Ja, alles. Rote Karte, Safecall? Als ob. Die Animation werdet ihr nie sehen. Da muss ich euch enttäuschen. Alter, direkt aufs Tor über der Ecke? Kommt schauen. Holle Bass ist auch mit seinem Schnauzer überhaupt ne Juppie. So, jetzt zeigt KI, was ihr könnt. Da ist der Prödel, Frank. Gerade am Ball und verliert ihn auch. Zurecht. So. Ohne Tor eine 6,9-Wertung finde ich auch erstmal ganz geil. Wir sind in so einem Rausch, die Jungs von Liverpool, dass sie nach WK schon denken, sie können die Ecken direkt machen, wie gute Mario Basler zu seinen besten Tagen. Ich glaube, gestern oder so Mario Baslers Leverkusen-Hass gesehen. Muss ich ein bisschen schmonzeln. Ich glaube, den verliert er. Da müssen wir einfach ein bisschen mehr schalten. Ja, warum nicht? So, mal ein Pass nach hinten. Dann fallen wir um. Dann fordern wir den Pass. Der nicht kommt. Warum nicht? Vom Weg in die Mitte, Alter. Jetzt. Junge. Heute oder nie? Gar nicht mehr, ey. Boom. Oh, dieser Typ, ey. Ach, der Gomez. Der Gomez ist der, heißt der Torwart. Ich kenne natürlich die von Whiteford nicht. Aber die sind krass. Ja, Chris, ich weiß. Ich habe heute einen neuen Gaming-Laptop gesehen. Haha, Frank. Bald ist Weihnachten. Ich freue mich drauf. Danke schon mal. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Verdammter Gomez. Nee, ohne Tor und ohne Vorlage. Das geht nicht. Das ist 8-0, das höchste der Gefühle. Hallo, unreached. Hallo, Kloppo. Komm, Whiteford kann man ja wohl echt mal jetzt besiegen, oder? Oh. Okay, okay, Sturridge ist okay, der Versuch. Naja, ich nehme das Razor-Teil natürlich, auch wenn das sicherlich alles Quatsch ist, aber nehme ich. Meinen, der Frank, der kann zu Weihnachten schon mal, äh? Na? Schau mal, wir laufen bis nach hinten. Das ist uns alles egal. Und dann kommt hier noch so ein richtig pornöser, langer Ball ins Aus. Was ist denn hier? Wow, Frank. Zu Weihnachten kriege ich doch bestimmt was Schönes. Oh ja, oh ja, oh ja, okay. Ich wollte den Torwart mit reinhauen. Kann mir doch kein Laptop denken. Doch, kannst du schon, Frank. Und wenn sie ihn irgendwann bedienen kann, dann gebe ich ihn hier. Wenn ihr das habt, ein Zehner-Spender ist der Großteil schon zusammen. Das stimmt. Den Rest würde ich selber übernehmen. Wow, das wäre sogar echt so. Krass. Wir haben hier immer noch kein Tor geschossen. Ist euch das eigentlich klar? Können wir vielleicht mal jetzt ein Tor schießen? Tutti hat seinen eigenen Geburtstag verpennt. Wenn das jetzt noch daran liegen würde, dass der Stream so gut ist. Als Gute, Tutti. Alles Gute zum Geburtstag, Mann. Ja, ein 4199 Euro Laptop nimmst du bestimmt nicht mit auf Achse. So langsam muss das Team jetzt aber mal hier sowas wie mitarbeiten. Alles alleine kann ich nicht machen. Kommt, Jungs. Jawoll. Wir zum starken Rechten. Im Verkaufskunde wird das bestimmt nicht. Das ist für ein paar Leute, die ein bisschen zu viel auf der hohen Kante haben. Und Jude ist. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier außen bin ich. Scheiße. Oh, mit dem schwachen Linken. Mit dem schwachen Linken. Oh, ich will nicht Unschi gegen Watford spielen. Ich will das einfach nicht. Und dann verlieren wir ja auch noch fast. So habe ich das ja noch gar nicht betrachtet. Oh, Gott. Die Abwehr schläft. Die Abwehr schläft. Ich habe Angst. Nicht gegen Platz 16 oder so. Leute, raus mit der Pille. Nee. Nochmal Aluminium. Und der spielt dann. Habt ihr das gesehen? Warte mal. Warte. Das ist ja super. Ja. Ja, ist gut. Hand. Hand, Hand. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was ich sagen, gefällt mir. Ist zumindest recht witzig. Aber wir verlieren vielleicht das Ding trotzdem. Naja, so ein Laptop musst du aber schon in Sandpapier einwickeln, wenn du da unterwegs bist. Kommt schon, Leute. Letzte Chance vielleicht. Was ist da? Den habe ich nicht gefordert, ey. Den habe ich nicht gefordert. Der Pass war auch einfach Quatsch. Kommt, Leute, ran da. Oh, nicht 0-0 gegen die, ey. Hätte ich mal schlechter gespielt, hätte ich mich auswechseln lassen können und gut ist. Aber darum geht es ja. Ich habe kein schlechtes Spiel gespielt. Das Team kriegt trotzdem nichts geschickt. Und der Torwart war übelst gut. Dieser Gomez, ne? Alter. Der hat was auf dem Kasten. Wir verlieren das noch. Okay, letzte große Chance. Seht doch schon. Das ist doch schon. Hand! Ich bin da verkackt. Samtpapier. 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 Genau. Zehn Rollen Luftpolsterfolie. Oh Mann, ey. Unschieden schon wieder. Und Chelsea verliert gegen Tottenham. Ich glaube es nicht. Wäre das unsere Chance? Also, natürlich geht das nicht mehr, aber. Ne? Gibt es jetzt mal wieder einen Sponsorendeal? Ja, jetzt gibt es wieder einen Sponsorendeal. Oh, 81 Punkte, Chelsea. Ach komm, vier Spiele noch. Ja, es wird immer schwieriger noch, Zweiter zu werden. Aber im Endeffekt geht die Story eh nur um das blöde Pokalspiel. Schauen wir erst mal, was wir für einen Sponsordeal kriegen. Ja, das sieht gut aus, nicht wahr? Das könnte ein bisschen runterkommen. Können wir den Schuss zurückkehren? Das ist das, dass du mit Alex zurückkehren kannst. Ja, wir sehen uns was wir können. Alex! Michael. Ich möchte dich treffen, jemanden. Alex Hunter, Corey Dubois. Corey ist der Brand Direktor auf der Schuhe. Oh, ein Freitag zu treffen, Mr. Dubois. No, nur, Corey, bitte. Hast du schon etwas wie das, Alex? Nein, niemals. Niemals? Ich meine, ich habe eine Schule gespielt, als ich im Jahr 10 Jahre alt bin. Listen, es alles hilft, Alex. Es alles hilft. Katie! Komm her, hier. Ich möchte dich treffen, Alex Hunter. Hi. Hi. Are you all done with Angale? Yep. Yeah? Killer. Okay, well, let's get Alex here sorted. Those cheekbones, you should have no trouble. Right? How are them lines coming? Yeah, okay, I think. First, never follows. That's not the line. I'm kidding. I'm kidding. That sounds great. Hey, when we're rolling, you say it like that, you are money. You hear me? Yeah, yeah. Have you met Angale? Uh, I... Angale! Hey, Angale de Maria, hey! This is going to be good. Okay, real good. You get a minute, you talk to my assistant, he'll set you up with any gear you want. Anything Adidas makes, boom, it's yours. Uh, Engel, por favor. Alles klar, und noch ein kleines Shooting mit Angale, hey! Geil. Harter, kämpfte Zähler heute für Liverpool, du nicht zufrieden, sein will immer gewinnen. Rising Star gibt es stolz bekannt, dass Alexander neben anderen Weltstars in der neuen globalen Adidas Werbekampagne auftreten wird. Jawoll! Standards! Geil. Freistoß Flanken und Freistoß Fortgeschritten. Freistoß Flanken? Oh Gott, das kann nicht gut ausgehen. Uh, der war sogar direkt drin. Nein! Ja, das ist was ich sehen will, du. Wollen wir mal nach oben. Kopfvolldeuer gewinnen wir. Kopfvolldeuer gewinnen wir, das reicht eigentlich auch schon. Head up! Head up! Jo, als ob! Als ob, Junge! Fuck my life! Freistoß into Volley into Seiferszieher. Jo, genau! Die sind völlig obi im Training! Oh, mindestens so bi wie Krücke! Krücke! Krücke ist doch schon vor 500 Jahren mal Sub hier gewesen, oder nicht? Oder bilde ich mir das ein, Krücke? So, mal gucken. Ob das bei ihm im Training immer noch so OP ist? Hm. Boah! Das ist ein Zuckerteil! Das ist ein Zuckerteil!